Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Strike Global Offensive und wir spielen heute mit neuen Waffen. Wir haben eine Runde in den Mood und euch, die wir heute mal über was suchen könnt. Und allererstes wünsche ich euch erstmal fröhe Weihnachten, gefeiert schön mit euren Familien und ja es ist in der Zeit der Sinnlichkeits-Liebe. Ich werde die AdWords aufnehmen, deshalb erhalten wir eine kleine Vorproduktion, weil es in den nächsten drei Tagen die ich jetzt komme, also jetzt hat Heiligabend am 1. und 2. Weihnachten kommt. Also weiß ich es noch nicht, das war 7. August, 28. August, 29. August. Ich weiß nicht, wie ich streamen könnte. Ich muss im ganzen Jahr jetzt am Neujahr wahrscheinlich kein Stream geben, so wie ich es mir jetzt überlegt habe. Da werde ich wahrscheinlich mit meinen Freunden machen und das zurücklehnen. Ich bin deswegen auf die drei beziehungsweise vier Tage Person raus, die Rest weiß ich noch nicht. Da auch noch ein bisschen, da auch noch ein bisschen, da auch noch ein bisschen. Ich bin dankbarer. Ich bin dankbarer. Ich bin dankbarer. Ich bin dankbarer. Und keine Ahnung. Ich bin dankbarer. jetzt Okay, das ist entweder Türke, das weiß ich jetzt nicht, ist mir aber eigentlich egal. Das sind auf jeden Fall Puscher, die jetzt wirklich gemacht. Puscher. Ordentlich erwischt. 18-2. Other side. Gah. I think they will push. I think they will push. Dash. Alright, ich weiß nicht. Hör! Warte! Well, ich weiß nicht. Oh. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Alter, es ist auch der Puscher. Komm ja rein! yeah do you want to go front what's that willst du mich verarschen scheiss bro 90 fotzer bro 90 best stay behind me or go yeah okay I think it's clear second one be careful just plant if you have bomb okay don't peek okay yeah there you can you don't have a chance okay both at my side what the fuck what the fuck what the fuck what the fuck oh Thanks Yeah 1 2 3 4 8 9 tage vor produktion also neuen folgen das heißt ich bin jetzt pro runde eine folge raus hier gibt es da nicht also für jede folge als ich wirst du mich verarschen mit doppel überhaupt irgendwas nice die erste von dem ist nur wirklich nur da will also take noob f*** dich du k***huenkind behind the barris right side yes which one okay 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 go 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 both behind you you with this fuck you you behind smoke be careful coming through smoke left side nice nice stay at spot what 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 who why you can't Wer baut ein Auto-Rifle? Just stay at spot Stay What the fuck Ich fahr ab. Gut, das war eine Episode von Counter-Strike Global Offensive. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, haut rein, ciao.